Musik Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix und jetzt ist wieder Sonntag und es geht weiter mit dem Partnerprojekt. Ihr habt ja letztes Wochenende schon die zwei Videos gesehen. Und AS hat jetzt von euch abgestimmt, das erste Duell gewonnen. Aber diesen Sonntag wird, oder besser gesagt, diese Woche wird es wieder hart. Ich habe wieder zwei Videos von meinen Partneranwärtern bekommen und diese Videos sind einfach der Hammer. Besonders das Minecraft Video, was jetzt kommt, finde ich besonders geil, weil es eben mal eine andere, wie sagt man, eine andere Richtung geht. Er macht normalerweise GTA Videos und den Glitch finde ich cool und ich finde, ihr solltet es einfach danach bewerten. Euer Matrix, zieht's euch rein! Musik Ein wunderschönen Tag, hier ist wieder Marcel, ja, ein Hedges. Hallo geht natürlich erstmal an Matrix. Ja, erstmal sollte ich mich vielleicht auch mal vorstellen. Ich bin Marcel, komme aus NRW und bin 25 Jahre alt. Ja, ich höre mich hier etwas jünger an. Wurde mir schon des Öfterens auch mitgeteilt. Ja, warum ich besser bin, ich würde sagen, einfach nicht besser. Das ist eine komische Frage. Ja, wie soll man das beschreiben? Ich denke mal, jeder, der auf YouTube macht oder Videos macht, besser gesagt, der hat so seinen eigenen Stil, ja, und ich versuche halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und natürlich auch will ich das auf deinen Kanal, weil du machst ja überwiegend COD und Battlefield. Ja, ich mache ja GTA überwiegend und auch seit neuem Minecraft. Ja, ich denke mal, damit ist auf jeden Fall alles gesagt. So, nun zu meinem heutigen Glitch, der handelt natürlich um Minecraft dann natürlich auch. Ja, und zwar, wir können alle Sachen duplizieren, sprich Diamantblöcke, Goldblöcke und Eisenblöcke. Also alles, was wir hier im Craftingmenü finden, das sind ja, wie gesagt, hier, ach, Lapidblöcke habe ich noch vergessen. Ja, so, dann fangen wir auch mal gleich an. Wir müssen auf jeden Fall erstmal neun Diamanten uns, ja, ehrlicher spielen, sagen wir es mal, oder suchen. Und dann bauen wir diesen ab, oder, ja, machen erstmal halt ein Block daraus, bauen diesen dann ab. Und wie ihr seht, ich habe hier unten nichts in der Leiste, außer, also die ersten drei, ja, Plätze halte frei. Da habe ich dann meine Diamantspitzhacke, damit auf dem zweiten Platz der Diamantblock auch joinen kann. Und zwar, wir gehen jetzt einfach an den Block dran und setzen ihn dann auch sofort wieder hin. Also, sprich, wir machen das Ganze jetzt mal hier. Wir bauen den Block ab, gehen hin, oder switchen erstmal auf unseren zweiten freien Port, gehen hin und drücken dann dabei L2. Bis ihr das raus habt, das geht nicht immer sofort, das dauert zwei, drei Minuten hat es bei mir auf jeden Fall gedauert. Ihr müsst halt einfach nur das richtige Timing treffen. So wie ihr seht, habe ich ihn einmal unten drin und einmal steht der hier. Ihr müsst diesen dann aber auch sofort in Diamanten hier verwandeln, sonst klappt das Ganze nämlich überhaupt nicht, weil der ist dann auch sofort wieder weg, ja, aber die Diamanten werdet ihr auf jeden Fall die ganze Zeit haben, ja. Das war es dann auch schon wieder mit dem Ganzen. Also, wie gesagt, ihr könnt das mit allen Blöcken machen, Diamantenblöcke und Eisenblöcke, Gold, was weiß ich, was da jetzt alles so für Blöcke gibt. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch diesmal ein bisschen mehr gefallen. Vielleicht solltet ihr auch nicht unbedingt darauf achten, oder mal darauf achten, dass ich auch eigentlich ein GTA-Channel habe. Und wenn euch einfach die Videos von GTA nicht gefallen, dann, ja, wie soll ich euch das sagen? Bewertet doch einfach das Video an für sich und nicht GTA, wenn euch das GTA einfach nicht gefällt, weil ich habe auch ein bisschen in den Kommentaren unten unter meinem Video gelesen, dass der auch schon uralt ist. Ihr müsst auch mal bedenken, wir senden die Videos auch vorher ein. Ich glaube, bei dem Video war es drei Wochen oder sowas, wo das Video natürlich schon alt war. Naja, ist ja auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte doch einen Daumen nach oben. Ich bin wieder weg. Euer Marcel. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte stimmt ab, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und bitte schaut euch auch das andere Video an von meinem anderen Partner AS. Und Leute, haut rein. Ciao, Leute, euer Matrix.